Fehler 1 bzw. vielleicht auch Fehler 7 ist etwas, was heutzutage fast gar nicht mehr auftritt, weil es mittlerweile verschiedene Softwareänderungen gab, die diese Fehler verhindern. Wenn man eine alte Heizung hat, die also nicht Air heißt, sondern noch zum Beispiel Planar, kann es durchaus passieren, dass man den Fehler 01 ab und zu mal bekommt, beziehungsweise meistens nach der Erstinstallation, wenn es nicht vernünftig gemacht wurde. Die 01 bedeutet einfach, die Heizung wird zu warm und der Grund ist, sie erzeugt Wärme, kriegt sie aber nicht weg. Das heißt, ich habe zu 99% eine viel zu komplizierte, viel zu lange, viel zu enge, wie auch immer Warmluftverrohrung an dieser Heizung dran. Das heißt, ein erster Check, ob die Heizung vielleicht einen Hau hat, wäre Warmluftverrohrung komplett abmachen und gucken, was passiert. Wenn sie dann läuft, weiß man, das ist das Problem. Also 01 heißt, der Wärmetauscher überhitzt einfach und deshalb musst du die Heizung abschalten. Wenn der Sensor das falsch anzeigt, kann das natürlich auch passieren und im Ernstfall kann der Sensor auch kaputt sein, was dann besagter Fehler 07 wäre. Passiert ganz, ganz selten, habe ich, glaube ich, fast noch nie gesehen. Nur damit ihr es mal gehört habt, das gibt es. Also die Heizung würde es schon merken, wenn der Sensor Quatsch anzeigt. Das spricht, zu 99% liegt es an der Installation. Ecken, Kurven, komplette Warmluftverrohrlabyrinthe. Guckt euch das an. Keep it simple ist die Devise. Am besten gar nichts dran machen. Oder gerade. Und auch nicht irgendwie reduzieren von 90 auf 53 Millimeter oder sowas. Das gibt einen richtigen Hitzestau und die Heizung wird gnadenlos abschalten. Im Ernstfall mit der 01, die nämlich einfach bedeutet, ich kann nichts mehr tun. Mir wird einfach zu warm. Egal, was ich tue, ich muss jetzt abschalten. Das ist die 01. Wie ich schon gesagt habe, heutzutage ist die 01 sehr, sehr selten. Und es liegt einfach daran, dass Autotherm verschiedene Maßnahmen ergriffen hat, um dem User ein bisschen zu helfen. Nicht, um schlechte Installationen möglich zu machen, sondern um im Ernstfall dem User das Überleben zu ermöglichen. Sprich, die Heizung schaltet nicht einfach aus. Wenn man sich vorstellt, ein russischer Lkw-Fahrer, der geht ins Bett, dem fällt irgendwie die Socke vor, die Ansaugung, die ist halb zu. Die Heizung würde nicht komplett abschalten, sondern sie würde die Leistung reduzieren und einfach weiter heizen. Das ist natürlich auf Dauer nicht gut, weil die Brennkammer dann einfach nicht mehr richtig warm wird. Aber man überlebt zumindest mal diese Nacht. Das ist der Hintergrund. Wie merke ich, dass meine Heizung die Leistung reduziert? Wenn man mal eine Heizung gesehen hat, was bei einer ersten Installation natürlich schwierig ist, aber wenn man eine Heizung gesehen hat, die wirklich läuft und die richtig frei atmen kann, dann wird man merken, die hat einen sehr gleichmäßigen Motorlauf. Egal, welche Leistungsstufe, es läuft einfach immer sehr gleichmäßig der Motor. Wenn die Heizung merkt, mir wird zu warm, zum Beispiel, weil sie ihre eigene warme Luft wieder ansaugt und deshalb nicht richtig kühlen kann, oder weil die Warmluftverrohung schlecht ist oder weil eine Socke halb davor liegt, dann wird die Heizung als erstes versuchen, die Leistung so weit runterzufahren, dass es vielleicht noch geht. Also um zu verhindern, dass sie abschalten muss. Und dieses Runterfahren kann man merken. Einerseits natürlich in dem Augenblick, wo er gerade runterfährt, aber wenn man aufwacht und die Heizung macht so ein wimmerndes Geräusch, also die fährt ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch, ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch, dann weiß man, die Heizung ist jetzt genau in diesem Modus, wo sie irgendwie versucht anzubleiben. Und das ist der Modus, den man nicht dauerhaft haben sollte. Das ist wirklich nur die Notlösung, die die Heizung macht, damit du diese Nacht überlebst. Das heißt, wirklich auf die Suche gehen, bis die Heizung sauber durchlaufen kann. Wie ich schon gesagt habe, ist es nicht so einfach zu erkennen, ob die Heizung die Leistung schon reduziert oder nicht, oder warum sie nun gerade abschaltet. Ein Indikator ist, wie gesagt, dieser Lüfterlauf. Es gibt aber noch einen anderen, den kann man in den meisten Bedienelementen schnell kontrollieren, nämlich die Ansauglufttemperatur. Zum Glück hat die Heizung ja auch einen Sensor auf der Hauptplatine. Das heißt, die Luft, die vom Lüfter durch die Heizung geschoben wird, die strömt über die Platine. Und das kann gemessen werden. Das sieht man zum Beispiel im PU27 oder auch in irgendwelchen anderen Bedienelementen. Im Autotherm Comfort Control zum Beispiel sieht man T-Heater oder halt Heizungstemperatur. Und da kann man sich als Grundregel merken, wenn man an dieser Stelle über 30 Grad sieht, weiß man, dass die Heizung auf jeden Fall versuchen wird, ihre Leistung zu reduzieren. Denn das ist zu viel. Das heißt, da muss man immer eine Zahl mit einer 2 vorne sehen. Ansonsten hat man was falsch gemacht in der Installation. Oder der Sensor ist kaputt. Kann natürlich auch sein. Eher selten. Wenn man da eine Zahl über 35 sieht, wird die Heizung gnadenlos Kühlphasen einbauen. Sprich, abschalten ohne Fehler und wieder anschalten. Das heißt, seht zu, dass diese Temperatur auf einem vernünftigen Wert ist. Wenn die Warmluftverrohung zum Beispiel so ist, dass die Heizung ihre eigene Warmluft wieder ansaugen kann, dann wird dieser Wert gnadenlos hochgehen und die Heizung wird die Leistung reduzieren. Und dann kommt man zum Beispiel dazu, dass man uns eine E-Mail schreibt und sagt, die Heizung macht ja gar nicht warm. Kann sie nicht, weil sie ständig ihre eigene Luft wieder ansaugt und deshalb die Leistung reduziert. Schaut danach, den Wert könnt ihr im Bedienelement sehen. Schaut danach, die Heizung wird die Heizung über die Heizung über die Heizung über die Heizung über die Heizung.